Aber das passiert hier nicht, hier wird wirklich instant nur scheiße gelabert, belanglose Kacke und Blödsinn, anstatt sich wirklich über das Thema Gedanken zu machen, was wir gerade machen. Auch wenn es der First Demon ist, den wir hier killen, der wirklich scheiße easy ist. Also genauso das Beispiel vorher im Dungeon, ey man, ich und Spetsnatz machen die verdammten Guardian und normalen Minotaur alleine, aber da wird geschrien, hier, hier und dies und das, da wird nichts abgesprochen oder sonstiges nicht. Das einzige, wo es ging, als ich gesagt habe, Spetsnatz hat den einen, ich habe den anderen, das war die einzige Situation, wo es mal ein bisschen geordnet ablief, oder nicht? Ja, ist egal, wir können das so weitermachen, gucken wir mal, passt, ne? Ich wollte euch nur so den Weg erklären, den wir, oder den ich gern gehen möchte, also ich will hier gern so wie Anni eine schöne Truppe aufstellen, ne? Also wir müssen den nächsten Sprung, ja, wir müssen den nächsten Sprung machen von der Noobhaftigkeit, wir haben unseren scheißverdammten Tower, wir haben die Palisaden drum, wir haben alles drin, ne? Ja, wir brauchen nichts mehr, machen ein bisschen Goldfarben, Rüstungfarben, wir können uns ausstatten, wir können Roam gehen.